Sssssstname Quattruz Tach, ihr Picker! Experten haben herausgefunden, dass bei 30-sekündigen Videos keine Altersprüfung notwendig ist und die Videos generell nicht von Youtube überprüft werden. Deshalb müssen wir das Video kurz halten und ich kann diese Bilder zeigen ohne gesperrt zu werden. Keine Angst, ihr werdet mich nicht sehen. Tür 1 auf bitte! Lernen lesen und scheide. Scheide! Untertitelung des ZDF, 2020